Mini-Krokodil im Badesee vermisst, würgeschlange an Bahndamm gesichtet. Sommerlochmeldungen wie diese dürfte es in NRW bald nicht mehr geben. Aber auch Grausiges wie dies vor kurzem tote Schlangen im Müll gefunden. Die Landesregierung will ein neues Gefahrtiergesetz durchbringen. Verbot für besonders gefährliche Tiere, Meldepflicht für bestimmte Tiere. Was bedeutet das in der Praxis und dann auch für Liebhaber von exotischen Tieren? Ich spreche darüber gleich mit einem Vertreter des Landestierschutzverbandes vorher. Der Blick ins Zuhause einer Python. Das ist Tywin. Die Königspython konnte der Student Dominik einfach so erwerben. Ohne sie zu melden oder einen Sachkundenachweis zu erbringen, wie es Halter großer Hunde müssen. Die Landesregierung will das ändern und das Halten von potenziell gefährlichen Tieren reglementieren. Gut so, findet Dominik. Wäre eigentlich nicht verkehrt, wenn man sowas mal ein bisschen kontrollieren würde. Schließlich, also jetzt mal allein vom gefährlichen Schlangen so, wenn man nur so sieht, wie die transportiert werden, ist ja dann halt nur so eine Box, dass man einen kleinen Schlupfwinkel und dann mal eben so eine Kobra rauskommt oder sowas. Und da ist kein Gegengift in der Nähe. Die sind ja dann recht aggressiv, vor allem bei den Giftschlangen. Und dann sind die mal eben draußen und dann ist die Sache gegessen. Dominiks Würgeschlange ist demnächst vielleicht meldepflichtig. Und dann schauen Sie zum nächsten Mal.